Das ist die Stimme von Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk, die Stimme von der Gummibur. Mein Freund Uli Dier, den kenne ich. Was ist mein Freund Uli Dier, den kenne ich. Habe ich Ihnen schon mal erzählt, dass das mein Freund Uli Dier ist, den kenne ich, mein Freund. Und Uli Dier hält wiederum Frank Elstner gut. Ein Manager von mir. Hallo, ja. Hallo, Clowns. Ja, hier ist die Party voll am Start, wir sind alle gut drauf. Das Fernsehen ist da. Wir haben 11 Meter, jetzt das bitte. Das ist ein bisschen ganz sicher. Das ist ein bisschen ganz sicher. Bis jetzt noch nicht. 2 Sekunde, 4, 5. Wir sind gestern Nacht gekommen, die Jingles. Die Rappen im Plätze Show! Üben wir das mal nochmal. Ich glaube, du hättest schon können. Ja, ich wollte dich in die nächste Sekunde, wo du ein bisschen zurückgegangen bist, hätte ich gemacht. Ja, liebe Zuschauer, ich bin hier wirklich auf dem Ferntable vom neuen Radiosender in Stuttgart Motor FM. Wir hätten es gar nicht geglaubt, dass hier wirklich eine Sendestart-Party heute stattfinden sollte. Wir dachten, vielleicht ist das auch ein Fake, denn die große Attraktion hier wird sein Achim Glück. Achim Glück geht wieder auf Sendung. Offensichtlich, wir haben ihn aber heute noch nicht gesehen. Wir werden ihn im Laufe der Zeit noch suchen. Und wir schauen jetzt erstmal, warum das hier so auf der Party steigt. Viel Spaß dabei! Sehr wunderbar! Mit seinem Fahrrad und seinem Himmel. Schon lang vor Ort ist es tatsächlich eine Widerling-Fahrung geworden, die Sendestart-Party kommt. Wirklich stattfindet? Ja. Aber es gibt noch kleine Schwierigkeiten. Was ist passiert? Hast du einen schon geduscht? Ja. Einmal riechen? Ja? Das ist widerlich. Immer diese aufdringlichen, privaten, dummen, stinken. Ich komme ja, also ich bin ja gebürtig, ich bin ja ein alter öffentlich-rechtlicher. So möchte ich auch gehandelt werden. Mein Freund Friedemann Leiner, der ist auch hier, der wird ja auch gesendet worden. Er war offen bei den öffentlich-rechtlichen. Und jetzt stellen Sie mal anständige Fragen, junger Mann. Da ist man doch auch vorbereitet. Da ist Friedemann Leiner. Friedemann! 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 Ja, aber wir wollen ja endlich ablenken. Das ist mein Freund, mein Freund, Altemann Leiner. Wir sind ja zwei alte öffentlich-rechtliche Hasen, ja? Und wir wollen, dass diese jungen Herren von Ihnen spielen. Du auch! Du warst ja auch beim SDR. Lass Sie mal anständige Fragen stellen. Die von Herrn Richard Friedemann Leiner. Ich denke zu mir selbst, was für eine wunderbare Welt. Und ich denke zu mir selbst, was für eine wunderbare Welt. Oh, Friedemann, du weißt gar nicht, wie ich die Funkhauskantine vermisse. Ach, schau mal rot-weiß und Seiderwürstler. Ah, das wär's jetzt. Oh, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020